Es gibt schon viele Programme, die eine Bedienung durch externe Hardware erlauben und die sowieso diese Schnittstelle für ihre Funktionen benötigen. Beweis sind die vielen Geräte, die bislang über die parallele und serielle Verbindung arbeiten. Inzwischen hat der USB-Anschluss den schnellen Datenverkehr übernommen und Programmsteuerungen wie die PC-Maus, Keyboard und Gamepad sind Standard. Wen wundert es, dass Softwareentwickler das auch berücksichtigen, so auch der Hersteller der Radioautomation MR-List, der ein Ausspielprogramm für Internetradiosender anbietet. Das für private Anwender sehr kostengünstig daherkommt. Wer das als Hobby-Moderator nutzen will, kann sich mit etwas technischem Know-how eine externe Programmsteuerung selbst einrichten. Nur 10 Euro kostet ein Gamepad, das über die USB-Schnittstelle die Programmsteuerung übernimmt. Die intensive Bedienung mit der Maus entfällt und wird für andere Aufgaben frei. Für den Anschluss an das umzubauende Gamepad werden Taster benötigt. Diese Taster, also Schließer, können zum Beispiel ganz einfache Ausführungen sein, die beim Tastendruck einen Kontakt schließen. Da können auch Trackstart-Taster eines Mischpultes verwendbar sein. Mit ihnen ist dann nicht nur die Cardwall für den Start von Jingles abrufbar, sondern es lassen sich auch diverse andere Programmteile damit steuern. Die Auswahl der Taster richtet sich nach dem Geschmack und dem Preis. Die Montage der Taster kann dadurch mehr oder weniger aufwendig werden. Ich habe beleuchtbare Taster gewählt, weil ich sie oben beschriftet haben wollte und dann die Funktion gut erkennen kann. Meine Taster konnte ich allerdings auf dem Schrottplatz finden, denn Kaufteile dieser Art sind sehr teuer. Sie sehen gut und professionell aus und lassen sich gut bedienen. Aber einfache Taster tun es auch. Man kann die Beschriftung schließlich auch unter einfachen Tastern anbringen. Dafür habe ich mir an anderer Stelle eine schmale Einsteckfolie vorbereitet und diese dann mit zweiseitigem Klebeband auf die Frontplatte geklebt. Beleuchtete Taster kannst du dir bei dem Internetversender Reichelt Elektronik ansehen und gegebenenfalls auch kaufen. Eine einfache Ausführung, die preiswert ist und sich gut montieren lässt, ist eine beleuchtbare Folientastatur, zum Beispiel den Typ FTA C3560B. Die ist leider bedruckt. Man könnte die oberen drei Taster für den Connect bzw. Disconnect zum Stream nehmen und die Beschriftung darüber anbringen und die unteren sechs lassen sich dann für die Cardwall reservieren. Ich weiß leider nichts über das Gefühl zum Druckpunkt und über die Haltbarkeit. Es ist auf jeden Fall eine preiswerte Variante. Der Taster vom Typ RAFI 002 ist nicht bedruckt und kann mit einem Labeldrucker und durchsichtiger Folie beschriftet werden. Die Kosten sind dafür erheblich höher. Die Schalter sind nach unserer Auffassung sehr gut geeignet. Leider sind sie für eine sogenannte Printmontage im 1,25 mm Raster gedacht. Zur Montage unseres Musters haben wir eine Lochrasterplatine H25PR075 gekauft, um die Taster dort zu montieren. Das machte wegen dem 1,25er Raster etwas Mühe, da die Taster natürlich dicht an dicht liegen sollen und Anschlüsse dieses Tasters quersitzen. Sie können nicht einfach in die vorhandenen Löcher eingesteckt werden. Die in die Taster eingebauten LEDs zur Beleuchtung müssen über Widerstände betrieben werden. Die 5 Volt Versorgung eines USB-Verteilers mit separaten Netzteilen kann jedoch den Strom für den Betrieb der Beleuchtung liefern. Vor jede LED ist also ein Widerstand von 330 bis 560 Ohm zu schalten. Bei 330 Ohm fließen dann etwa 9 mA in jede Diode und bei 10 Tastern sind das bei 20 LEDs für die RAFI Taster zusammen 180 mA. Um das Radioprogramm MR-List für den externen Tastensatz fernzusteuern, habe ich das USB-Gamepad-Typ Blackforce verwendet. Bei ELV ist es die Artikelnummer 6, dreimal die 8, 6, 5, 7. Sinnvoll ist zunächst die Prüfung der Gamepad-Funktion am PC im Originalzustand. Das funktioniert unter der Systemsteuerung bei Windows 7 in den Schritten über Hardware und Sound. Dann unter Geräte und Drucker findet man das von mir benutzte Gamepad mit dem Namen Generic USB Joystick. Auf den Namen mit der rechten Maustaste klicken und das Fenster Game Controller Einstellungen öffnen. Dort klickt man auf Eigenschaften und kann nun die Tasterfunktionen testen. Es sind maximal 12 Taster nutzbar. Direkt verwendet werden die Tasterfunktionen 2, 3 und 5 bis 12. Das sind zusammen 10 Taster für die Fernsteuerung. Weitere 2, die Tasterfunktionen für die Leitung 1 und 4, sind nur nach einer Mode-Umschaltung mit dem Schalter S1, siehe Schaltbild, möglich. Da die Taster 1 und 4 nach dem Einschalten bereits auf ON, d.h. so viel wie auf gedrückt stehen. Die Umschaltung auf eine nutzbare Funktion zur Fernsteuerung wird mit S1 nach dem Einschalten ausgeführt. An einer automatischen Umschaltung in diese Betriebsart wird noch gearbeitet. Steht dafür ein Schaltplan zur Verfügung, wird dieser bei www.will-chatten.de im DJ-Forum veröffentlicht. Das ist der Stand vom 9.1.2012. Für den Umbau des Gamepad sind geeignete Mittel zu verwenden, die eine Zerstörung der darauf befindlichen Halbleiter verhindert. Also ESD-Schutzeinrichtungen wie Niedervolt-Lötkolben, Masseverbindungen durch Armband und andere. Danach wird das Gamepad-Gehäuse vorsichtig geöffnet, die Hauptplatine ausgebaut und an der Stelle der Original-Taster Drähte angelötet, die mit den zugekauften, beleuchtbaren Tastern mit einem Schließkontakt oder Taster mit elektrisch entsprechend gleichen Verhalten verbunden werden. Wie schon angesprochen, ist für die Nutzung der Tastfunktion 1 und 4 ein weiterer Taster S1 notwendig oder eine geplante Einschaltautomatik. Zur Kontrolle des Betriebszustandes kann die Anzeige-LED auf dem Board des Gamepad ausgelötet werden. Stattdessen gehen zwei Leitungen zu der Tasterbeleuchtung des Tasters für die Funktion 1 oder 4, dessen LED nun die richtige Funktion meldet. Über die Kontrollmöglichkeit unter Windows, Generic USB Joystick, wie oben beschrieben, notiert man die Reihenfolge bzw. Zuordnung der Taster. In einem Beispiel, Taster 1, ganz links, bedient Leitung 2, Taster 2 bedient Leitung 3, Taster 3 bedient Leitung 5 und so weiter. Ist die Zuordnung ermittelt, wird nun die Programmierung auf der Verwendungstabelle des MR-List Radioprogramms HomeStudio, beispielsweise Version 4, ausgeführt. Der Homeplayer lässt sich nicht fernsteuern. Das ist der Stand vom Oktober 2011. Alle Baugruppen der Fernsteuerung werden nun in ein Gehäuse eingebaut oder hinter einer Frontplatte zur Bedienung und Montage im Radiotisch angeordnet. Das ist der Stand vom Oktober 2011.